Hey Leute, ich bin Martin und heute gehen wir zusammen Skifahren. Hallo. Tiu. Piu. Juhu. Was ist das für ein Bullshit? Also, wir spielen Snow zusammen. Ich habe einen Beta-Zugang bekommen für das Spiel und ich bin super gespannt, wie es ist. Schau mir sonst doch mal an. Ich habe keine Ahnung, was du machen musst. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Einfach, dass das von Anfang an mal klar gesagt ist. Explore the mountain. Logisch, wenn wir den Berg erkunden. Hehehe, die Jungfrau. Was sind das alles für Controls? Was Butter? Also scheinbar bin ich wirklich so ein geiler Skifahrer. Hahaha, schau mal. Wuhu. Wuhu. Yes. Das ist ja verdammt geil. Genau so fühlt sich Skifahren an. Das ist zwar mehr Langlauf im Moment, aber egal. Geh in die Hockey und gib Tempogas. Wuhu. 360, Bitches. Ohohohoho. Zuerst einmal in so einem verdammten Jump gestanden. Jetzt kommt ein richtig guter Sprung. Wuhu. Yeah. Schau, die Coolen gehen immer abseits der Piste fahren. Und wegen dem mache ich das auch. Und logischerweise fahren wir rückwärts. Wilde, coolen Leute fahren rückwärts. Oh Gott, ich habe ja richtig Tempo. Ohohohohoho. Ohohoho. Hast du den Sprung gesehen? Was bad landing. Das Game hat glaube ich Potential. Jetzt gehen wir mal hier runter. Oh fuck, jetzt wieder schnell, jetzt wieder schnell, jetzt wieder schnell, jetzt wieder schnell. Und backflip. Ohohohohoho. Oh, ich komme da oben drüber. Schau jetzt dann. Schau jetzt dann. Schau jetzt dann. Ohohoho. Fett. Stanzt. Nein. Also hier hat es diverse Piste. Halt doch mal an, du Doble. Wow. Schau mal die wunderschöne Winterlandschaft. Und die wissen schon, dass ich jetzt hier übergumpe. Ohohohoho. Verdammt. Yes. Grinded. Was close call. Die hat auch shit abgrindet, wie es noch keiner vorher gemacht hat. Scheinbar ist der Stein nicht solid und man kann da einfach durchschauen. Interessant. Interessant. Gib Gas, Kollege. Gib Gas. Oh. Po. Po. Nein. Was machst du? Hahaha. Schau mal, wie realistisch der im Schnee verschwunden ist. Komm, fahren wir doch mal Halfpipe. Wieso auch nicht? Mmmmm. Ohohohoho. Hahaha. Oh, 720. Das schafft nicht einmal der John Simmon. Gib Gas, Bitch. Gib Gas. Mit Grab. Ohohoho. Safety Grab. Perfect Landing. Das sollen wir mal einen nachmachen. Oh, da hat es eine Chance. Und da kann ich grinden. Schau jetzt dann. Grind. Ohoho. Bitches. Und nochmal eine Chance. Diesmal muss ich aber irgendwas machen mit einem Grab. Backflip auf die Schanze. Was mache ich? Ich mache gar nichts. Oh. 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 Und es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Jetzt Backflip auf die Schanze. Nein. Was mit dem sie im Kopf passiert, ist nicht gesund. So, jetzt machen wir einen richtig kranken Trick. Nämlich so einen 540 Grab und dann Grind. Wooh, schau mal mal die Schanze da vorne. Schau mal die Schanze da vorne. Die nehmen wir jetzt gerade. Und hier gibt es einen fette Grab. Ein fette Grab. Komm Martin, Grab! Wieso grindet ihr nicht? Schau die Schanze da vorne an. Da müssen wir uns gut vorbereiten, Kollege. Hier müssen wir uns gut vorbereiten. Jetzt kommt ein richtig übler Sprung. Wow, landen, landen, landen. Okay, jetzt kommt ein umgekehrter Rodeo Superflip mit einem Grab. Okay, vielleicht habe ich auch übertrieben. Gib Gas, bitch. Yes, landen. Und nochmal so einen geilen Sprung. Was machen wir diesmal? Diesmal lassen wir die Ski los. Ja, das reicht. Hey, ich habe langsam Skills entwickelt. Caution, slow down. Fick dich, mach was ich will. Oh, schau, komme ich hier aufs Haus. Nein, aber ich stanze. Schau mal, komme ich klaue hier ein paar Scheisse. Es gibt nämlich immer wieder Arschlöcher, die das auf der Piste machen. Was für schöne Schale, das es hier hat. Bin ich hier auf der verdammten Langlaufpiste? Wie lange geht das noch, bis wir hier noch in einen anderen kommen? Oh, schau mal da rechts, schau mal da rechts. Das geht jetzt richtig ab. Ich gehe in den Hockey und jetzt machen wir Frontflips. Mit einem Grab. Komm. Grab diesen Scheiss, Frontflip. Oh, perfekte Landung. Ich bin jetzt ganz auf den Berg rauf gegangen. Schau, da steht es. Mount Sialia Environmental Strategy. Hört auf, ich will das lesen. So, jetzt gehen wir direkt hier runter, weil Pisten ist etwas für Versager. Schnell, 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 schnell ausweichen. Und jetzt Vollgas. Geh an die Knie, geh an die Knie, geh an die Knie. Alter, schau mal. Nein, 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 nein. Oh, was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Gump. Schau mal, wie es den Bein und den Grimp verdreht. Der arme Siech. So, und Vollgas. Los. Schneller, 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 schneller. Oh Gott, ich weiss nicht, wo ich nachher hier springen soll. Ich springe hier zwischen den beiden Steinen raus. Weisst du, das überlebe ich. Und los, diesmal triffe ich, diesmal triffe ich. Wuuuuhu. Lande. Nice. Sehr realistisches Gameplay. Und jetzt holen wir richtig Tempo. So, jetzt gehen wir hier raus und dann gibt es Tempo. Tempo. Wuuuuh. Schau mal das an. Und jetzt springe ich hier drüber. Wuuuuh. Schau das an. Grab, loslassen und landen. Ja, genau. Es gibt ein Event, wo Big Air heisst. Was musst du da machen? In die Luft kumpen, logischerweise. Und dabei Punkte sammeln. Ich weiss auch nicht, warum ich es nicht schon früher gespielt habe. Ich habe kein Tempo. Ich komme ja kaum über die Schanzen drüber. Scheiss egal. Holen wir mal die ersten Punkte. Schau mal, wie das dreht. Nice. Was machen wir? Frontflip, oder? Das schreit nach einem Frontflip die Schanzen. Mit einem Grab. Double Frontflip. Gleich aus. Ja, schön. Oh, fett, 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 fett. Jetzt machen wir irgendeinen Rodeo-Flip. Wow. Und aufhören. Grab noch ein bisschen. Und schön landen. Yes, yes, yes. Was ist das für eine geile Schanze? Wuuuuhu. Lanz. Oh, das haben wir gerade noch geschafft. Und ins Ziel. Zählt das jetzt? Goldmedaille. Easy. Easy, easy, easy. Jetzt spielen wir noch so ein Event. Und zwar beim Staudamm. Siehst du ihn da rechts? Eben, ja. Also, jetzt machen wir einen richtig fetten Jump. Holen wir schön... Punkte. Yes. 104 Punkte. 300 brauche ich. Jetzt machen wir irgendwie nur drehen. Nur drehen. Yes, 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 yes. Landen. Oh. 97. Das heisst, ich habe genau 200 Punkte. Ah, nein. 201. Ich muss jetzt einfach noch 99 Punkte machen. Und dann reicht es. Machen wir einfach Backflips. Mit Grabs. Eins, zwei, drei. Das reicht, das reicht, das reicht. Yes, fett. Schon wieder eine Goldmedaille. Das ist doch mal ein innovatives Game. Etwas ganz anderes als das SSS-Zeug. Man will so völlig unrealistisch fahren. Ich würde aber gerne auch snöben können. Weil eigentlich bin ich nicht ein Skifahrer. Nein, das Game hat echt Bock gemacht. Und ich glaube, ich muss den Multiplayer-Modus auch mal austesten. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wuhüss. Alter, was ist das für eine Verteidigung? Weg mit dem Ball. Ey, der kann so gut verteidigen. Ich komme nicht an dem vorbei. Und dann lasse ich mich jetzt mal hardcore stehen lassen. Ja! Scheisse, der Controller ist kaputt. Ich brauche einen neuen Controller. Fuck, 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 fuck. Schon wieder eine Controller-Pille. Das hat mich nicht jedes Mal so aufregen.